Hallo und willkommen, ich muss wieder Grafiekenstellung unterstellen, weil mein Rechner echt zu schlecht ist für das Drecksgame. So traurig. Schön, ist die Mati. Traurig. Ausstütteln wir Zieloptik Trass. Vielleicht geht's hier jetzt. Gut, ähm, ist die Zieloptik heftig? Macht mal Reichweite und weniger Präzision. Sieht aber besser aus, find ich. Ich guck mal. Uh, uh, doch, irgendwie, ich find die gut. Ey, guck mal, man kann mit B noch mehr ranzoomen. Warte. Ja, ich nehm die auf jeden Fall ab, ich lackier nochmal meine Waffe um. Ja, ich sollte auch nochmal meine Waffen ein bisschen lackieren. Ne, mal eine zufällige Farbe rauf. Ne, die gefällt mir nicht. Die fängt auch mal an. Mal, was, was auffällig ist, weißt du? Irgendwas pinkes mäßig. Ist hier irgendwas pink, irgendwas extrem hässlich? Irgendwie so richtig auffällig ist ihnen nix. Äh, die haben, äh, die, die auffällig sind, haben noch nicht freigekleitet. Hm. Ich mach jetzt mal, ich mach jetzt mal das hier. Ja, kann man ja erst mal. Gut. Boah, Digga, mal, die guckt mal, wenn wir ein G36 zehren, Alter. Zeig. So ne Ehrenwaffe, Alter. Jetzt guck dir... Geh. Äh, kurz Schaden vergleichen, weil wir hässlich sind. Äh... Meins hat... Oh, gar nicht so viel Schaden, irgendwie. Ne, meins hat jetzt auch nicht so viel. Naja, egal. Meins ist kurz vorm A. Also. Wie vorm A? Bei Schaden, steht da. Äh, also kurz vorm? Ja, kurz vorm. Er meinte schon, er hat Schaden schon abgeschlossen. Das Wort. Er war nur ganz, ganz knapp. Egal, trotzdem geht der eigentlich cooler. Kurz hier auch einfach untere Waffen, die für das Gebiet noch gar nicht zulässlich sind. Komm rein, Malte. Nein, wir fahren mit Auto. Malte, wir fliegen dahin. Wir fahren mit Auto. Wir fahren mit Fliegen. Nein, wir fahren jetzt Auto. Komm rein. Boah, reg's mich auf. Warte, du weißt, dass wir jetzt sowas von echt verrecken. Ja, aber ich mach das, bevor du dahin... Auf meine kannst du schon einen Schalldämpfer tun, oder? Auf meine kann ich... Ne, auf meine kann ich keinen Schalldämpfer leider tun. Da ist ja klar, dass die mir Schaden macht, aber er nutzt es eigentlich dann die Waffe. Weiß ich nicht. Macht Bock mit, der zu spielen. Leider dann immer entdeckt. Ja, stimmt, ne? Eigentlich ist die dann nicht gut. Höchstens ist die dann für Rambo gut. Ja, ich... Warte mal, welcher ist das? G36 kann ich auch machen, oder? Ja, kannst du auch machen. Ja, pack ich richtig dann auch aus. Und wenn wir Rambo machen, nehme ich die andere dann. Ah, wie sollen wir denn jemals da hochkommen? Nette Menschen würden jetzt Gesundheit sagen. Gesundheit. Also so aids sich darin zu... Als Schütze darin zu stehen. Ne, warte mal, ich steig mal aus und geh als Passagier rein. Ich verordere dich weiter. Ich habe schon neun angefordert, alles gut. Siehste, ich habe mich aufgerichtet, Mati. Brauchst deine neue... Neuartige Ware nicht. Du bist echt ein Loser, Malte. Das finde ich jetzt nicht nett von dir. Komm, wir fahren über die epische Zugverbindung. Was ist das, der Moment, wo du auch aufsteigen darfst? Aufsteigen, Mati. Aufsteigen. Jetzt fahr weiter. Mega unlustig, ne? Ich habe den mega den Gag kaputt gemacht. Schaut mir das schön aus. Sieht echt gar nicht schlecht aus. Du lebst. Ich glaube, es gibt gar keinen richtigen Aufweg, oder? Oder doch, das führt nach oben. Ey, da ist ein gepanzert... Ey, mal, da ist ein gepanzert, der Bagger. Lass den nehmen. Neu. Bruder, komm rin. Granate fliegt. Nimm das. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Denkst du? Jetzt durch. Komm rin, Malte. Warte, ich will noch kurz was probieren. Ihr Freunde, ihr startet. Ich glaube, ich ziehe doch, als ich umfahren kann. Ich bin down. Schön. Ich bin so tot. Warte, ich glaube, die sollten wir noch nicht hin. Ne, dort ist so ein Megabocken. Komm, hol mich wieder. Hol mich wieder. Soll ich dir Schal machen, warte noch nicht. Oh, das hat schon gedauert. Oh. Oben. Wir wurden entdeckt, ne? Ja, ich habe Radonaten gemacht. Jetzt sind wir tot. Okay, ich gehe... Malte, ich gehe ins Geschütz rein. Okay, kam Feli. Ich komme nicht ran. Das ist schade. Guck mal, was vorne steht. Ding. Martin will qualmen. Ich kann keine Rebellen anfordern. Ja, sag nicht, Digga. Das ist aus der Hochburg. Hätte ja sein können, dass es easy klappt, ne? Hätte ja alles sein können. Okay, lass mal hier kurz aussteigen und verweilen. Oh, ne. Ich gehe einfach weiter durch. Warte, kurz. Ich muss kurz Rebellen anfordern. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. So, hier kommen unsere Feindpositionen. Hab die Rebellen angehoben, wegen Verschärkung. Weg. Mörser. Komm, retten. Warte. Ich habe ein neues... Ah, ne, der ist so weit weg. Scheiße. Nein, meine Mutti ist leider nicht mehr so voll, ne? Alles klar, Amigo. Habe verstanden. Alter, Schütz ist so krank, ne? Ja. Der Reifen. Das, das Event der Reifen. Die Mörsen auf uns. Warte, das, das Event der Tod. Ah, okay, okay. Ähm. Sagen wir es so. Das machen wir später. Okay? Ja. Darauf können wir uns eigentlich nicht einigen. Ja, fordert mal was Gutes an, Martin. Geist es so wieder, wenn ich... Der Schwabelschwein. Boah, ekelhaft. Wirklich. So. Boah. Geilig, wie du bist, ey. Für mich ist das G36 kacke, ne? Boah, ich hätte mehr erwartet, aber naja. Also ich würde ja ganz gerne meine Waffe weiternehmen. Die ist nämlich richtig stark. Sie macht ein mieschen Schaden, Alter. Sagst du, ist aber nicht so. Gucken wir mal, ob ich ein besseres Magazin, näher weiteres Magazin kann ich nicht reinpacken. Hab deine Waffe, glaub ich, gefunden, heißt in zwölkweise Sieg 5, äh... Ne, die heißt was mit Lama oder so, Lamar oder so. Aber ich komm rin. Ja, das ist sie. Komm rin. Ja, ich bin da. Ähm, wir gehen hier, ne, ich behauptet, oder? Ja, oder auch nicht. Haben gerade noch eine neue Waffe gekauft. Die gleiche, die ich jetzt hab? Ne, eine andere, glaub ich. Aber dann möchte ich mir jetzt spielen, wenn man neu startet, bin ich aber zu faul für. Das Glück hast du nicht gesehen, wie extrem unangenehm ich gerade den Berg untergekracht bin. Schade, tschüss.